und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play der dritte teil der tiny troopers reihe die ersten beiden haben wir ja auch schon hier auf dem kanal und jetzt der dritte teil drittel teil der dritte teil global ups auf der pläse 5 relativ frisch glaube ich noch das spiel kam das letztes jahr ende letzten jahres raus ich bin mir nicht mehr ganz sicher ok ich habe nicht damit gerechnet dass hier gleich die story anfängt as the line between good and evil blurs and parliaments of apathy vote to hoard their riches and ignore the rising tide of chaos principled men and women must step forward and become beacons of light in the encroaching darkness du weißt nicht wer ich bin junge schnorrer frechheit also wenn man das jetzt austauschen würde mit einem anderen buchstaben hm hm yes sir judy judy yeah amia man calm down soup they call me soup cause i like soup it ain't that deep okay and uh some kid i guess i won't let you down sir sir i won't let you down sir welcome to talon tactical armor logistics operations and negotiations a one stop shop of global stability for any government that has a mess to clean up and a healthy wedge of cash pleased to be here sir pleased to be here sir wherever the hell here is that's the point why are we here i mean us specifically you have been hand picked to be our flagship team of crack operatives because you are the best of the best of the best okay i'm good but i feel like i have to do some expectation management here of the best tiny troopers tiny troopers global ops so who's gonna be the first to leave cause uh this getting off well i'm glad someone said it oh i've got stuff to do man what a farce we should have planned this better i admit my method can we stay like this for a while you will willkommen im talon hauptquartier trooper möchtest du mit dem grundlegenden training anfangen ok das dürfte sein twin stick shooter sein ich weiß gar nicht habe ich das damals mit am rechner mit mouse und tastatur spielt oder auch schon mit gamepad wo soll ich hinlatschen mission online da ist der kommandant ok r2 es ballern so wie es vermutet habe lokaler koop schade also geht das online nicht was haben wir hier keine ahnung deutsch deutsch was das ist auf 100 die musik das kann mir so leise vor träger effekte deaktivieren wo sind die anderen kaserne hier kann ich nicht hin ok es wird automatisch auch so ein bisschen anvisiert das finde ich ganz cool ja gut dass du zu ende gesprochen hast die kamera kann man aber leider nicht drehen so wie es aussieht ich kann mit dem rechten trigger ihn drehen ok excellent work trooper i would have been worried if you couldn't do that but still progress is progress next you will learn how to begin a mission by using the console let's begin the combat training mission in order to learn the basics of combat combine the skills you've learned so far walk over to the missions console interact with it and select the tutorial mission missionsnachswahl willkommen an der missionskonsole oben auf der linken seite können kapitel und darunter missionen ausgewählt werden will die mission beginnen wenn du einsatzbereit bist was ok ich wollte auch keine langliste so cool welcome to the combat training facility here you will refresh your training on the basics of i'm going to lay out a set of objectives aimed at toning your skills follow and complete these objectives by following the circular orange pointer on your hunt Cornetto öffne das tor ok von Trooper-Taktik ist, immer weiter zu gehen. Er lernen, wie zu holen ist die Schlüssel für dieses Dokumenten. Schau mal für die Proximity-Mines, wie diese. Sie werden eine breite, wenn Sie zu nahe sind. Wenn Sie genug genug sind und einen aufzunehmen, Sie werden nur einen kurzen Moment, um zu entfernen von der Blast. Also gehen Sie, oder besser gesagt, holen Sie aus der Blast-Zone. Und wie renne ich? Also irgendwie bin ich hier noch unzufrieden. Hintergrundmusik. Das schwankt immer so sehr. Werft euch selber an, Jungs. Jetzt geht's weiter. Wir kommen wieder an, wie man seine Weipungen verwendet. Hier wird man lernen, wie ihr eigenes Weipungen mit einer Weipung zu verabschieden, mit der Wirkung. Ihr Pistole. Natürlich wird man auf mehr Weipungen zu verabschieden, wie SMGs und Anbringer. Aber du kannst nicht mit der Wirkung mit der Wirkung. Es ist ein starker und akkurierter Start. Over da ist dein erstes Target. Ein Training Dummy. Wie excited. Acht auf den Dummy und schießt. Immer schießt, bis der Dummy schießt. Nicht Angst, es wird auch wieder zurückgekommen. Nur um zu schießen. Ok Ups Hallo Hey Ok A down squad member, simply move next to them and hold the interact button. Follow the prompts on your HUD and practice on the prawn down. Oh, das dauert aber ganz schön lange. Ah, den kann ich nicht umnieten, ok. So kleine Sammelgegenstände gibt es hier scheinbar aber auch nicht, ne? Okay Ok Ok Okay, Shadda. Ja. Move toward that dummy and target it with a grenade. Ignore the fact that one of your colleagues threw one at you earlier. Throw it, prepare the grenade first. A red target reticule will display. Once you have the target aimed with the reticule, throw the grenade. A big boom will follow. Okay. Oh Gott. Okay, okay. Man muss auf jeden Fall mit dem rechten Trigger so ein bisschen arbeiten. Drück-Idee, okay. Vielleicht gibt's hier... Nee. Nein, es gibt keine mehr. Na doch. Ich wollte eigentlich testen, ob man die hier umnieten kann. Ob's dafür eine Trophäe gibt irgendwie. Scheinbar nicht. Moving on from grenades, we are going to learn another secondary weapon. A personal favorite of mine, the rocket launcher. Pick up the launcher and face the dummy. Just like grenades, you can prepare the rocket launcher before fire. This will show you where the rocket will aim. Place the reticule on the dummy and attack. Get that rocket launcher and take that dummy down. Die Tore sehen alle so... Zumindest das so nach... Holographisch aus. Fuck. I have talked who I do. This time, we will learn how to quick fire your secondary weapons. Oh no, your nemesis, the dummy, has returned. Time to take it down once and not all. Quick firing allows you to take faster shots at your enemies without having to prepare your secondary like you did before. Just roughly aim and fire. Hopefully you won't miss. You can quick fire any of your secondary weapons. Learn how to quick fire your rocket launcher and take that dummy down. Again. Ich verstehe bloß gerade nicht. Achso. Hat der vorhin auch schon automatisch einen Zielbalken angezeigt? Oder so ein Zielfeld? Eigentlich war das falsch. Eigentlich hätte ich... Hä? Ich habe nämlich gar nicht R3 gedrückt. Gib mir den Rakiefendörfer. Scheiße. Das ist die letzte Phase des Trainings. Hier wird man lernen, wie die All-Powerful Airstrike. Puck die Airstrike hier. Und move into the middle of the training area, hier. You can take out multiple enemies with a single strike. Equip the Airstrike by using the button linked to the slot that's held. Airstrike by firing it like you would any other weapon. Then witness the devastation. You will be able to use many special items throughout your career. The Airstrike, all of them function in the same way. Dummy has brought in reinforcements dummies. Take them out. Äh, Christ. Okay. Okay, und wir werden nicht erwischt. Alles klar. Kann ich hier auch? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mir jetzt nach unten, also orientiere ich mich nach oben. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. Ach so. Was, 28 Aufgaben? Okay. Okay. Gut, dann war's das für diese erste Folge und in der nächsten starten wir dann, denke ich mal, mit der ersten Mission. Spitze. Ich bedanke mich. Bis denn. Dann, um... ... ... ...